Hey, diesmal gibt es die Ansage direkt aus dem Offen. Also eigentlich wollten wir zwar noch für miterfahren, sind es natürlich da nicht, wegen Dunkelheit und der Nachtschicht. Aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Video und auf geht's! Also solange die Strecke noch normal ist, das ist der Artyop, gucke mal, der ist komplett bekloppt, der ist durch. Endlich wieder Sand, wie geil! Zwei Sachen, das war ein Rennsteuer, das ist immer die, Pflastersteine, das ist ja auch absoluter Horror, das ist der größte Hass, da kommt knapp daneben, tiefer Sand, ein Grunewald, ganz tolle Sandgruben und ich meinte, es brennt toll. Tja Leute, und wie soll es sein? Es gab den ganzen Tag nichts anderes, also viel Spaß! Das ist hier richtig Materie. Und genau da müssen wir jetzt leider nicht hoch. Ja, wir sind gerade gleich in Lübendorf und ja, da geht's hoch. Hier war ich letztes Wochenende schon mit dem Rennrad, hab nicht gefilmt und heute schauen wir wo es geht. Also mit meinem Rad komme ich hier an meine Grenzen. Willkommen beim Vlog, nimm dein Fahrrad mit auf den Turm. Warum? Warum nicht? Ey Leute, und ganz ganz wichtig bei so einem Spaß, ne? Also nehmt euer Garmin oder Wahoo, nehmt es immer mit, weil ja das Ding ist halt scheiße teuer und das ist halt so schnell weg, ne? Also ganz wichtige Info einfach machen. Und da geht's nach Tribinen. Also da kann man erzählen, was man will, also das ist schon einfach mal irgendwo fett. Auf was hab ich mich da eingelassen? Oh, geil! Nein! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Nein! Absolut geil hier! Also wer braucht schon ein Mountainbike, oder? In Berlin Fahrradfahren ist manchmal echt der letzte Ratz. Aber wisst ihr was voll smart und toll ist? Wenn ihr diesen Kanal jetzt abonnieren würdet! Und weiter mit dem Video! Ciao! Hopp! Absolut geil! Absolut geil! Absolut geil! Du rechnen! Linken Fenner! Vorsicht! Vorsicht! Das ist Abenteuer! Geil! Und? Vorsicht? Ja, war fest! Die ganze Füße! Meine Damen und Herren, heute war Waschtag! Ja, Leute! Willkommen bei Anbaden 2021! Wir haben keine Ahnung, 50 Kilometer, irgendwas mehr hinter uns? Ja, 59 Kilometer! Die ersten Einbüßen! Also, Artyom hat irgendwie eine leichte Acht! Sehen wir! Ja, aber... Ja, keine Ahnung! Und ich hab ne Speicher verloren! Ja, ist doof, aber passiert! Die Materie, die will halt ihren Tribut haben dafür! Die Materie will halt Tribut! Da! Wir sehen jetzt gleich weiter! Ja! Also, kleines Update! Wir haben, keine Ahnung, immer noch nicht so viel mehr Kilometer! Aber, hey! Sowas haben wir hier gerade nonstop! Absolut geil! Man kann irgendwie ein bisschen fahren und ein bisschen schieben! Wie findest du die Strecke? Ja, ganz geil! Man wächst über sich hinaus! Also, dieser Zuckersand! Na gut, wir sind hier im Naturschutzgebiet! Der ist halt zum Fahren natürlich ne absolute Katastrophe! Weil, ja! Wenn du einmal abgestiegen bist, du kommst halt nicht mehr voran! Also, wir haben jetzt mal abgekürzt! Ganz einfach, weil, ja, uns droht die Dämmerung! Es ist jetzt... Ganz ehrlich, die Ausgangssperre! Die droht uns! Das ist das Problem! Wir sind zu spät gestartet einfach! Wir haben jetzt 18 Uhr! Das heißt, ja, wie gesagt, 3 Stunden Licht! Wir sind jetzt irgendwie 14 Kilometer von Sperren weg! Und, äh, entweder... Zirka, oder vielleicht noch mehr! Weil wir doch jetzt doch wieder auf dem Waldweg fahren! Und, äh, wir wollen halt da ein bisschen rumhängen! Und, äh, nicht, äh, oh, ist dunkel! Äh, schnell weg da! Und deswegen geht's jetzt weiter! Schotterweg! Weitweg! Geil! Und... Das ist ein guter alter russischer Weg! Das ist in den Autobahn! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Geil! Du lachst doch, ey! Der trägt mich, wenn du lachst, ey! Schöne Legante! Elegante oder Elefant? Pfff! 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 Schöne Legante, das kann man! Pfff! Elegante oder Elefant? Pfff! 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 Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Hangar Sperrenberg! Und, äh, erst mal allein diese Wand, die da ist! Das ist absolut genau! Absolut geil! Einfach mal fett! Absolut stabil! Alter! Und sowas versteckt sich in der näheren Umgebung! Auf jeden Fall! Oh, nee, nee! Also wir sind jetzt gerade beim Hangar Sperrenberg! Da wo wir ja gerade gehalten haben! Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das aufgenommen habe! Da war ein Security! Und, äh, ja, Magnus hat auf jeden Fall recht gehabt! Äh, es ist jemand da! Und, ja, mal gucken! Und, wie ist die Aussicht? Und, ja, man kann halt erzählen, was man will, ne? Ist nur eine Gravel Tour, ist nur eine Mountainbike Tour! Aber, hey! Wir ballern jetzt, weiß ich nicht wie lange durch den Wald! Und versuchen hier einen einzigen Punkt zu suchen! Also, wenn das nicht ein Abenteuer oder eine Schatzsuche ist, dann weiß ich auch nicht! Und, ist geil! Alter! Das ist so fett! Du ballerst hier durchs Unterholz und musst dabei noch navigieren! 100 Meter rechts! 200 Meter links! Also, der Weg ist wieder mal so geil! Das ist doch beschiss! Und, das ist voll anstrengend! Das sieht doch schon richtig aus! Ey, das ist ein gutes Zeichen! Ich bin schon nehm! Das war's für heute. Aber die Plastik hast du lieber nicht, ne? Nein, lieber nicht. Absolut geil hier. Tja, was soll ich euch zu diesen Autos sagen? Dort stehen überall Kameras. Wir wurden leider vom Wachdienst vom Gelände geleitet, sonst hätten wir noch viel mehr sehen können. Nebenbei, dort gibt es auch angeblich offizielle Führungen. Und ja, wir hatten leider Pech, aber es soll auch Tage geben, an denen kann man dort machen, was man will. Aber ja, muss man das riskieren? Ich weiß es nicht. Und ja, das ist ein super toller Flughafen, ein richtig interessantes Gelände. Mit Geschichte und Historie. Aber ey, hättest du gedacht, dass wir so hier... Gelände? Nee! Also es ist absolut geil, ne? Also wir wurden erwischt. Also mir wurde ja schon gesagt, dass man da erwischt werden kann. Aber eh, es ist ein mega heftiges Gelände. Aber trotzdem mal so als kleine Info, da liegt noch Munition aus dem teilweise Ersten Weltkrieg. Und ähm... Und jetzt sehen Sie die Überklärung der Oder. Live im deutschen Fernsehen. Oh, die sind hier mit den Löcher. Genau mein Humor. Oh nein! Guck mal, macht das noch sehr Spaß. Du, ich habe auch Klickys. Geil. Also letzte Startausmeldung. Wir haben ja schon mal verkürzt. Und das Problem ist halt, wir fahren durch die Dämmerung. Und ja, deswegen kürzen wir nochmal ab. Trotzdem, eine absolut geile Tour. Wir haben, weiß ich nicht, wir sind durch Zuckersand gefahren, Kilometer lang. Wir haben uns gekillt, haben den Flughafen gesehen. Absolut geile Katastrophe. Was sagst du, Abschlusswort? Hammer. Mega gut. Einfach schön. Hammer.